Emmi, hast du Bock auf ein neues Spielzeug? Ja, das Brett von Porson? Ja? Na da kann man doch echt nicht nein sagen. Hi und herzlich willkommen zum Test des in meinen Augen besten und schönsten Katzenbrettes für eure Fellnase. Ich hatte offen gesagt einfach genug von diesen billigen und hässlichen Katzenspielzeugen aus Plastik, die ja doch überall in der Wohnung so stehen und rumliegen und bin daher so begeistert, dass ich euch ein kurzes Review über dieses Produkt von dem deutschen Startup Porson eben abgedreht habe. Nämlich Emmi ist unsere neue bulgarische Straßenkatze, die über billiges Spielzeug offen gesagt nur lacht und mit einem stabilen Bizeps Curl reißt sie Spielbälle aus jeder Verpackung und im Grunde kann man alle paar Wochen ein neues Katzbrett kaufen. Und genau dieses Problem ist jetzt endlich gelöst. Das neue Katzbrett sieht erstmal extrem gut aus, hat eine Oberseite aus einer ansehnlichen und echt stabilen MDF Holzplatte und besteht ansonsten aus sehr hochwertiger Katzpappe. Und diese hat zudem in der Mitte eine Doppelseite und kann also einfach gedreht werden und sind beide Seiten abgerockt, könnt ihr sie einfach nachkaufen. Und das ist auf jeden Fall sehr gut für die Umwelt und langfristig auch für euren Geldbeutel. Und um die Kratzpappe herum finden wir zudem noch einen klingelnden Spielball, der fröhlich im Kreis gedribbelt werden kann. Und die Kirsche auf der Torte ist zudem noch die Tatsache, dass das gesamte Produkt sowie die Verpackung zu 100% plastikfrei sind. Und natürlich weiß jeder Katzenbesitzer, dass wir hier natürlich nicht nur ein, sondern zwei Spielzeuge gekauft haben, ein Kratzbrett und natürlich ein Karton für neue Abenteuer. Beim Praxistest hat es nicht lange gedauert und Emmy hat ihr altes Spielzeug stehen und liegen gelassen und sie ist schon ein ziemlicher Brummer mit einem Waschbär-Mindset. Und man sieht hier sehr gut, dass das XXL-Kratzbrett optimal für kleine, aber auch für große Rassen geeignet ist. Dadurch, dass die Pappe an den Seiten vom Holzrand gehalten wird, kann sie zudem nicht nach oben herausgezogen werden, was mich bei den älteren Kratzbrett-Varianten immer echt gestört hat, weil sie die Dinger einfach komplett nach oben rausgerupft hat. Und in Summe bin ich absolut begeistert und auch bereit, einmalig etwas mehr zu investieren. Der Preis liegt bei 40 Euro, was ich aber offen gesagt bei der Qualität und Nachhaltigkeit absolut fair finde. Ja und wir sollten in diesen Zeiten eben große oder kleine Beiträge leisten für den Umweltschutz und ich bin persönlich deswegen absolut kein Fan von unserer Wegwerf-Gesellschaft und der absolute Bestseller aktuell unter den Kratzbrettern bei Amazon ist ein absolutes Negativbeispiel dafür. Hier soll ich 32 Euro dafür bezahlen, dass die Pappe nur von einer Seite genutzt werden kann und fest verschraubt ist. Es gibt keine Ersatzteile, ich kann es nicht austauschen. Das heißt, bei meinen zwei Waschbären hier kann ich eigentlich alle zehn Wochen das gesamte Kratzbrett in den Müll schmeißen und mir ein neues kaufen. Das kann einfach nicht im Sinne des Erfinders sein. Ja und Emi scheint das genauso zu sehen und macht auf jeden Fall einen sehr zufriedenen Eindruck. Also schaut euch das Brett von Pawzone bei Interesse mal aus der Nähe an. Der Link ist wie immer in der Infobox unter dem Video. Und falls ihr mit dem Gedanken spielt, euch eine neue Katze anzuschaffen, dann kann ich euch nur die ehrenamtliche Organisation Wax His Tail ans Herz legen. Hier werden arme bulgarische Straßenkatzen, denen es da echt nicht gut geht, wie Emi aufgepäppelt, medizinisch versorgt und nach Deutschland vermittelt. Die ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeiter geben wirklich alles und tolle Katzen wie Emi warten auf ein neues Zuhause und auch wenige Euros an monatlichen Spenden würden zudem einen riesen Mehrbeitrag leisten. Also schaut euch bei Interesse mal die verlinkte Homepage von WaxHisTail.org an. Und nun bin ich wie immer auf eure Einschätzung gespannt. Was haltet ihr von dem neuen Konzept, von dem Produkt an sich? Welche Spielzeuge könnt ihr noch empfehlen? Schreibt mir eure Erfahrungen und Einschätzungen gerne in die Kommentare. Also wie immer, danke fürs Dabeisein, viel Spaß mit euren Kitties und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, ciao, euer Marco. Ciao, euer Marco.